Alexander Pechmann, Die Nebelkrähe Gelesen von Jan Hutanus Lilly, wisperte eine unbekannte Stimme nah an meinem Ohr, so nah, dass ich den Atem des Sprechers hätte spüren müssen. Lilly, Lilly, aufgeschreckt aus dem Schlaf, schlug ich blind links um mich. Meine geballte Faust traf die Wand neben meinem schmalen Bett. Keuchend sank ich zurück auf das Kissen, riskierte einen Blick in das dämmerige Zimmer und wartete, dass der rasende Puls sich beruhigte. Draußen musste der Tag bereits begonnen haben, denn man hörte durch die geschlossenen Fenster und Jalousien bereits das vertraute Rattern der Räder auf dem Kopfsteinpflaster der trostlosen Houston Road und die groben Rufe der Fuhrmänner und Lieferanten. Meine schmerzende Hand und die blutigen Knöchel reibend, stand ich langsam auf und suchte nach meiner Brille. Ein Teil von mir schon immer noch nicht ganz wach zu sein und tappte durch ein Labyrinth aus verblassenden Traumbildern. Ich konnte mich jedoch kaum an etwas Greifbares erinnern, nur an das eine Wort, die Stimme eines ängstlichen Kindes, das nach seiner Mutter verlangt. Meine bescheidene Unterkunft, eine Dachkammer, hatte kein eigenes Bad. Ich goss Wasser aus dem Krug in die Waschschüssel und wusch mein Gesicht, bevor ich mich ankleidete. Die erfrischende Kälte vertrieb das beschämende Gefühl der Hilflosigkeit, doch ich musste erst Luft und Licht in die Stube lassen, bevor ich einen klaren Gedanken zu fassen vermochte. Diese Kinderstimme, sie hatte so fremd geklungen. Das war es, was mich beunruhigte. Ich konnte sie nicht einordnen. Sie hatte nichts gemein mit den üblichen Wachträumen, mit den Empfindungen und Visionen, die immer wieder aus der Tiefe meines Bewusstseins auftauchten, wie schillernde Luftbläschen aus einer dunklen Quelle am Meeresgrund. Meine Vergangenheit blieb in unwillkürlichen Gedankengewittern erschreckend lebendig. Mehr als vier Jahre nach dem Ende des großen Krieges schien ich nicht ganz in der Gegenwart angekommen zu sein, und manchmal meinte ich am helllichten Tag die näher kommenden Einschläge, die gebrüllten Befehle der Offiziere und die gemurmelten Gebete der Kameraden zu hören. Ein stechender, säuerlicher Geruch in einer engen Seitengasse konnte mich durch die Zeit zurück in die Gräben der Westfront katapultieren. Ein Gesicht in der Menge verwandelte sich plötzlich in das des hoffnungslos lächelnden Jungen, der mich ansah, um gleich darauf in einer Wolke aus Blut und Dreck zu verschwinden. Ja, ich hatte Entsetzliches erlebt und getan, und diese Schrecken hatten ihre brennenden Spuren aus Schuld, Reue und Verzweiflung hinterlassen. Da ich gar nicht erst versuchte, es zu verdrängen oder zu leugnen, konnte ich morgens in den Spiegel blicken, ohne den Wunsch zu verspüren, mir eine Kugel in den Schädel zu jagen. Was mir wirklich zu schaffen machte und mich langsam zermürbte, war das scheinbar ewige Fortdauern dieser Episode, mit der ich eigentlich abgeschlossen hatte. Längst hatte ich mir ein neues Leben aufgebaut, studiert, eine Doktorarbeit über Riemannsche Geometrie begonnen, mich in Fragen vertieft, die nichts mit dem elenden Krieg und seinen Verheerungen zu tun hatten. Doch die Schatten ringsum unterhielten sich weiterhin zwanglos über ihr Ticket nach Blei-Tee. Wir grünen Jungs lernten allmählich die Sprache der altgedienten Soldaten. Einige von ihnen hatten in den Kolonien gekämpft und einen seltsamen Kauderwelsch mitgebracht, der sich bald ohne weiteres mit zufällig aufgeschnappten französischen und flämischen Vokabeln mischte. Das bevorzugte Gesprächsthema der Alten war eben jenes Ticket nach Blei-Tee, die ersehnte Fahrkarte nach Hause, die einem diese oder jene Verwundung bescheren mochte. Blei-Tee war angeblich ein indisches oder eher ein anglo-indisches Wort, das Heimat bedeutete. Viel später erfuhr ich, dass es sich um eine Verballhornung von Bilayati handelte, fremdes Land, England, aus der Perspektive der Hindus. Man diskutierte lang und breit, welches Körperteil man für das Privileg einer vorzeitigen Heimkehr opfern wolle und erzählte grausige Geschichten über Männer, die dem Feind gewinkt hatten, um einen Scharfschützen zu provozieren. Ein Treffer in Arm oder Hand wäre willkommen gewesen, doch für einen Mann ohne Kopf war das Ticket wertlos. Ich beteiligte mich nicht an solchen Gesprächen. Hätte ich eine Meinung gehabt und sie zum Besten gegeben, hätte wohl niemand sie ernst genommen. Die alten Berufssoldaten hielten mich für unzurechnungsfähig, da ich mich lang vor der Mobilmachung von 1916 freiwillig gemeldet hatte. Nicht, weil ich mich nach einem hübschen Grab auf dem Heldenfriedhof sehnte, sondern allein wegen des Versprechens nach dem Ende des Krieges ein Stipendium am King's College oder University College zu bekommen. In ihren Augen war das ein absurder Handel. Niemand außer mir schien an ein baldiges Ende des Gemetzels zu glauben und niemandem erschien es sinnvoll, Monate oder Jahre bei schlechter Verpflegung im Dreck zu sitzen und Zielscheibe für die Hohnen zu spielen, nur um danach weitere Monate und Jahre bei ebenso schlechter Verpflegung über verstaubten Büchern zu brüten. Professor nannten sie mich, gutmütig spottend. Sogar die Offiziere riefen Professor statt Private Vane. Nur Finlay sprach mich mit meinem Vornamen an. Für ihn war ich einfach Peter und er war für mich zuweilen der einzige Grund, warum ich nicht vor Angst den Verstand verlor, mein Lee-Enfield-Gewehr fallen ließ und schreiend die Flucht ergriff, wie die Franzosen damals am Camin de Marm. In seiner Nähe hatte ich immer das abwegige Gefühl, unverletzlich zu sein, als hätte ich ihm unbewusst die Rolle meines Schutzengels zugesprochen. Dabei sah er weder wie ein Engel noch wie ein Beschützer aus. Er war etwas kleiner, aber wesentlich älter als ich, hatte struppiges rotes Haar und ein pockennarbiges Gesicht mit dunklen, oft rettungslos traurigen Augen. Er hatte sich ebenfalls kurz nach Kriegsbeginn freiwillig gemeldet, doch in seinem Fall kam niemand auf die Idee, sich über seine Motive lustig zu machen. Vermutlich deshalb, weil er sie nicht so unbedarf preisgab wie ich, sondern schulterzuckend mit versteinerter Miene zu Boden blickte, sobald man ihn danach fragte. Ich habe meine Gründe. Mehr konnte man ihm nicht entlocken. Und daraus erwuchs der Nimbus eines vom Schicksal verfolgten Mannes, einer mythischen Gestalt, um deren Seele die Götter würfeln. Dies verschaffte ihm seltsamerweise Respekt, sogar bei den alten Hasen, und zwar viel mehr, als wenn er von patriotischen Pflichten schwadroniert hätte. Sie klopften ihm ernst, fast mitleidig, auf die Schulter, wenn er nach einer besonders magigen Ansprache unseres Kompanieführers eine der unsterblichen Weisheiten Samuel Johnsons zitierte. Patriotismus ist die letzte Zuflucht der Schurken. Viele der Berufssoldaten waren Patrioten, aber keiner war so naiv zu glauben, dass unser Tod zum ewigen Ruhm des Empires beitragen würde. Jeder von uns und jeder der namenlosen Kerle auf der anderen Seite starb einzig und allein zum Wohl der Schurken, die diesen abscheulichen Krieg angezettelt hatten. Finlay erzählte nie von seiner Heimat oder seiner Familie, aber er war kein stiller, schweigsamer Mensch. Im Gegenteil, er redete gern und hatte diese seltene Gabe, seine Zuhörer mit Worten zu fesseln. In einer gerechten Welt wäre er wohl als Schriftsteller oder Dichter berühmt geworden. In dieser schäbigen Ungerechten musste er damit Vorlieb nehmen, eine Handvoll zerlummter Burschen in verdreckten Uniformen die quälend langsam verstreichenden Stunden in muffigen Baracken und schlammigen Schützengräben zu verkürzen. Meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen war, hatten darauf geachtet, dass ich meine Zeit nicht mit Romanen und Gedichten verplemperte. Sie gaben mir Lexika oder Biografien berühmter Wissenschaftler wie Darwin und Newton zum Lesen, beschützten mich aber vor dem schädlichen Einfluss von H.G. Wells, Henry Ryder Haggard und Arthur Conan Doyle, da sie fürchteten, ich könnte nach meiner armen Mutter geraten und in der Halbwelt der Londoner Künstler und Schauspieler zugrunde gehen. So lernte ich all die herrlichen Abenteuergeschichten erst dank Finlay kennen, der sie oder er seine ganz eigene persönliche Version von ihnen mit spürbarer Begeisterung nacherzählte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ein halbes Dutzend grober Kerle sich wie kleine Jungs mit glänzenden Augen und gespitzten Ohren um ihn scharrten, um kein Wort zu verpassen, während er, frei nach Bram Stokers Erzählung, den Angriff der Seesoldaten auf die rote Palisade malaysischer Piraten schilderte. Finlay hatte eine gewisse Vorliebe für Schatzsucher und Seefahrer, doch König Salomons Schatzkammern waren ihm ebenso vertraut wie die nächtlichen Gassen der Großstadt, in denen ein brutaler Mörder namens Mr. Hyde sein Unwesen trieb, oder die vornehmen von tausend Kerzen erhielten Salons, in denen Dorian Gray mit unschuldigen Debutantinnen flirtete. Natürlich mochte er auch verwickelte Kriminalfälle, ob echt oder erfunden, und an dem Tag, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah, hatte er gerade in Anlehnung an einen alten Schmöker von Sheridan Le Fanu die Geschichte des auf unerklärliche Weise verschwundenen Mark Wilder erzählt, der schließlich in einem Waldstück entdeckt wird, wo seine skelettierte Hand aus dem Boden ragt. Als Finlay geendet hatte, schwiegen die Soldaten eine Weile. Dann sagte jemand, Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie war das nochmal? Die Leiche streckte plötzlich die Hand aus der Erde? Nein, der Mann war tot. Man hatte ihn verscharrt, aber nicht tief genug, sodass Wind und Wetter und wilde Tiere die dünne Erdschicht abgetragen haben. Aber dann muss der Mörder ihn mit ausgestrecktem Arm verbuddelt haben, oder? Und warum hat er ihn nicht abgehackt oder abgesägt? Er hatte es eben eilig, Finlay zuckte die Schulter. Obwohl er sich gleichgültig gab, sah ich deutlich, dass er sich insgeheim über die Fragen amüsierte. Sein Publikum nahm alles für bare Münze, und wenn es noch so versponnen war, und diskutierte es eifrig bis ins letzte Detail. Finlay lauschte eine Weile, bevor er sich erneut einmischte. Hört mal, Jungs, das ist doch nicht unwahrscheinlich. Wilder verkrampfte sich im Todeskampf und fiel zu Boden, die Hand abwehrend ausgestreckt. Der Mörder ließ ihn an Ort und Stelle liegen, streute lediglich Laub und eine Handvoll Erde über die Leiche, aber die Hand ragte noch ein Stück weit heraus, ungefähr so. Finlay krümmte die Finger seiner linken Hand zu einer Klaue und streckte sie in die Luft. Wilder wurde also stehend verscharrt, fragte der Soldat, der die Diskussion begonnen hatte. Mir war der Mann bislang nie als besonders begriffsstutzig aufgefallen. Wie kommst du denn auf die Idee? Finlay verlor langsam die Geduld. Er trat auf eine leere Munitionskiste und zog mit seinem Messer eine Linie an der Wand des Schützengrabens. Hier liegt also Wilder, und so ragt seine Hand aus der Erde. Bevor wir den Schuss hörten und begriffen, was geschehen war, lag Finlay auch schon am Boden und umklammerte mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Die Hand selbst war von dem Treffer nahezu zerfetzt. Finlay starrte auf Knochensplitter und blutiges Fleisch, doch er schrie nicht. Der Schock verhinderte noch, dass er Schmerz verspürte. Halt still, sagte der kommandierende Offizier. Wir lassen den Krankenwagen kommen. In ein, zwei Stunden bist du in Compien. Zum Glück hatten wir im Reservegraben ein Feldtelefon, das direkt mit dem Hauptquartier verbunden war. Ich kniete mich neben Finlay in den Schlamm. Jemand reichte mir den Verbandskasten, aber man konnte nicht viel mehr tun, als das Handgelenk abzubinden, um den Blutfluss zu stoppen und dakinische Lösungen zum Desinfizieren auf die offene Wunde zu träufeln. Dann wickelte ich notdürftig Mull um das, was von der Hand noch übrig war. Finlay ertrug alles wortlos. Kannst du aufstehen? Er nickte und ich half ihm vorsichtig hoch. Fünf Minuten später gingen wir langsam und geduckt durch die Kommunikationsgräben zum Reservegraben, den man im Schutz eines Erdwalds und außerhalb der Reichweite der deutschen Scharfschützen verlassen konnte. Der Krankenwagen hielt für gewöhnlich gut 500 Meter hinter diesem Ausgang, von dem aus wir seine Ankunft beobachten konnten. Er musste in Kürze eintreffen, denn das Lazarett war nicht weit. Danke, sagte Finlay leise, sein Gesicht bleich, seine Züge verzerrt. Ich nickte und steckte ihm eine halbvolle Zigarettenschachtel in die Brusttasche. Jetzt hast du dein Ticket. Sogar erste Klasse. Er lächelte matt und klopfte mit der unverletzten Hand auf die Zigaretten. Nimm sie nochmal raus. Da ist ein kleines Bild drin. Ich holte die Schachtel mitsamt einer Daggeriotypie heraus, die etwa dieselbe Größe hatte. Mein kleiner Schatz, erklärte Finlay, bewahr es für mich auf, bis ich wiederkomme. Vielleicht bringt es dir Glück. Rückblickend kam es mir fast so vor, als hätte Finlay alles geschickt inszeniert, um nach Hause zu kommen. Andererseits war er nicht der Typ, der davonläuft und wir hatten zusammen viel schlimmere Zeiten durchgemacht, ohne dass er je geklagt hätte. Der Fall blieb ein Rätsel und mein Freund kehrte nach jenem Ereignis im April 1917 nicht zurück an die Front. Einmal machte das Gerücht die Runde, man habe Finlay wegen Dissertation vor das Kriegsgerücht gestellt. Die statistische Häufung von vergleichsweise ungefährlichen Schusswunden an Händen und Armen hatte dazu geführt, dass man dergleichen genauer unter die Lupe nahm. Allerdings verlangte niemand von mir oder einem meiner Kameraden eine Zeugenaussage, weshalb ich nicht glauben konnte, dass man Finlay tatsächlich verdächtigte. Dann wieder hieß es, er sei an einer Infektion gestorben. Eine offizielle Meldung blieb jedoch aus. Als ich die Gelegenheit fand, im Lazarett nach ihm zu suchen, konnte mir keiner der Schwestern Auskunft über seinen Verbleib geben. An dem Morgen, als ich die Stimme gehört hatte, holte ich die alte Daggeriotypie hervor. Ich hatte sie schon lange nicht mehr in der Hand gehabt und kaum noch an Finlay's seltsamen Abgaben gedacht. Das unscharfe Bild, das ein stämmiges, drei oder vier Jahre altes Mädchen mit einem Stofftier zeigte, war für mich eine Art Talisman geworden. So wie ich mich damals in Finlay's Nähe sicher gefühlt hatte, wirkte das Wissen um die kleine Kupferplatte in meiner Brieftasche irgendwie beruhigend und zweifellos hätte ich mich sehr unbehaglich gefühlt, wäre sie verloren gegangen. Hast du mir je ihren Namen genannt? Sagte ich laut zu dem Schatten, der mich immer begleitete und manchmal sogar auf meine Fragen antwortete. Nein, kam ich ihm zuvor und suchte nach einem Bleistift. Bevor ich das Bild wieder einsteckte, schrieb ich Lilly in mein Notizbuch. Nach kurzem Zögern fügte ich ein Fragezeichen hinzu. Nach Kriegsende versuchte ich mehrfach Finlay ausfindig zu machen. Da er sich nicht gemeldet hatte, weder bei mir noch bei den anderen Überlebenden unseres Regiments, zu denen ich noch Kontakt hielt, ging ich inzwischen davon aus, dass er trotz der vergleichsweise harmlosen Verletzungen gestorben war. Blutvergiftung war in solchen Fällen die häufigste Todesursache. Sein Name musste also in den gefallenen Listen auftauchen, die man in der Bibliothek einsehen konnte. Ich hatte Stunden unter der großen Kuppel des Lesesaals der British Museum Library verbracht, um die systematisch geordneten in 81 Bänden abgedruckten Listen zu prüfen. Lange saß ich schweigend davor, während in meinem Kopf blindes Chaos herrschte. Ich meinte, ein Brüllen und Donnern zu hören, wusste aber, dass es sich um Illusionen handelte, ebenso wie Finlay, der neben mir saß und seelenruhig einen seiner Monologe hielt. Doch der Platz neben mir war leer und die Stimme verstummte, als ich mich zu ihr umdrehte. Derlei ängstigte mich nicht, weckte aber immer neue Erinnerungen, denen ich nachhing, ohne zu merken, wie die Zeit verging. Beim Verlassen der Bibliothek hatte ich nichts herausgefunden und meine Ungewissheit eher erweitert als geschmälert. Ich wollte mein Leben nicht damit verbringen, Phantomen nachzujagen. Nun aber fragte ich mich, ob die Phantome nicht längst ein Teil von mir geworden waren. Womöglich würde es sich als fatal erweisen, sie allzu lang zu ignorieren und in den Hintergrund zu drängen. Vielleicht musste ich nur lernen, ihnen zuzuhören, um das Rätsel zu lösen. In Gedanken versunken verließ ich das schäbige Mietshaus und machte mich auf den Weg zur Universität. Eigentlich promovierte ich am King's College, arbeitete aber meist in der wissenschaftlichen Bibliothek des University College, das ich von meiner kleinen Wohnung in der Houston Road bequem zu Fuß erreichen konnte. Ich fuhr nicht gern mit dem Omnibus oder der Tube. Das Gedränge und die vielen Menschen machten mich nervös, ebenso wie jede Änderung meiner täglichen Routine. Sobald ich jedoch an meinem Lieblingstisch in der Abteilung Mathematik im dritten Stock der Bibliothek saß, meine Notizen ordnete und meine Bücher aufschlug, verspürte ich etwas wie ruhige Ausgeglichenheit. Die Logik mathematischer Formeln und Gleichungen war für mich wie ein kühles Tuch auf der Stirn eines Fieberkranken. Sie hatte nichts gemein mit dem Lärm, dem Schmutz, dem Irrsinn der Außenwelt und gab mir die Gewissheit, dass Begriffe wie richtig und falsch nach einer Berechtigung hatten. In der Mathematik musste es zu jedem Problem eine Lösung geben und jede Suche würde irgendwann an ein Ziel führen. Die Antwort war da, man musste sie lediglich zu finden wissen. Ich wünschte nur, man könnte mit derselben Zuversicht an die alltäglichen Fragen des Lebens herangehen. Inzwischen fiel es mir leichter, in komplexesten Abstraktionen zu denken, als mich in einen Pub zu setzen und ein Pine zu bestellen. Diesmal wollte meine Flucht in die Zahlenwelt nicht gelingen. Jeder Versuch, mich zu konzentrieren, scheiterte an Leben. Ich klappte verärgert das Buch zu und beschloss, ein wenig frische Luft zu schnappen. Auf der Treppe begegnete ich Frank Bunyan, einem Kommilitonen, der bei Professor Owen Richardson in Physik promovierte. Bei seiner Forschungsarbeit ging es um thermionische Emissionen. Ich erwähne dies nur, um zu verdeutlichen, dass Frank kein Spinner, Träumer oder Phantast war, sondern ein klar denkender, rationaler Mensch mit profundem Wissen in den Naturwissenschaften. Außerdem war er so ziemlich der netteste Mensch, den ich kannte. Er schien nie schlechte Laune zu haben und konnte einfach nicht Nein sagen, ganz gleich, worum man ihn bat. Und ich muss zugeben, dass ich diese natürliche Liebenswürdigkeit gelegentlich ausnutzte. Frank nahm sich immer Zeit, wenn ich mich aussprechen musste oder ein wenig Gesellschaft brauchte und er erwies sich meistens als ein geduldiger Zuhörer und intelligenter Ratgeber. Als ich ihm nun über den Weg lief, blieb er stehen und musterte mich mit einem hintersinnigen Lächeln. Er durchschaute mich, bevor wir auch nur ein Wort zur Begrüßung gewechselt hatten. Oh, hallo Frank, wie geht's? Ich wollte mir ein wenig die Beine vertreten. Kommst du mit? Ich schämte mich fast, ihn zu fragen. Hm, mal sehen. Er kramte umständlich nach seiner Taschenuhr und warf einen unangenehmen langen Blick darauf. Welchen Tag haben wir heute? Freitag? Er strich sich zerstreut eine dunkle Strähne aus der Stirn, als ginge er im Geiste seine Terminkalender für die nächsten Wochen und Monate durch. Also gut. Regions Park? fragte er grinsend. Ich nickte und klopfte ihm dankbar auf die Schulter. Kommst du gut voran mit dem alten Riemann? fragte Frank höflichkeitshalber, während wir entlang der Houston Road nach Westen schlenderten. Schon, auch wenn mir inzwischen seine Zahlentheorie interessanter vorkommt als die nicht-euklidische Geometrie. Mein Antwort klang hohl, da ich eigentlich über etwas ganz anderes sprechen wollte. Es brannte mir auf der Zunge. Dennoch blieben wir eine Weile beim Thema und fachsimpelten über wissenschaftliche Details. Wir erreichten den Park, wanderten eine Zeit lang ziellos umher und setzten uns dann auf eine Bank im Schatten, denn nach einigen trüben Frühsommertagen war es nun sonnig und warm geworden. Ich habe dir gelegentlich von meiner Zeit in Frankreich erzählt, begann ich, um die Katze endlich aus dem Sack zu lassen. Frank nickte. Er kannte meine Geschichte. Oft hatte ich Finlay ihm gegenüber erwähnt und er hatte mich gelegentlich bei meinen Recherchen unterstützt und dabei seine vorzüglichen Kontakte zu diversen Amtsstuben genutzt. Während des Krieges hatte er einen Schreibtischposten belegt und bewaffnet mit Kohlepapier und Ärmelschonern an der Bürokratiefront gekämpft. Ein Privileg, darum, dass ich ihn herzlich beneidete. Hast du inzwischen herausgefunden, was aus deinem Kameraden geworden ist? Nein. Eigentlich wollte ich einen Schlussstrich ziehen und alles vergessen, aber das ist nicht so einfach. Es ist wie eine ungelöste Aufgabe, die man zur Seite legt. Plötzlich ist sie wieder da und man hat immer noch keine Ahnung, wo man ansetzen soll, um sie zu lösen. So ist es auch mit Finlay. Ich denke tagelang nicht an ihn und plötzlich scheint er neben mir zu stehen und mit mir zu reden, als wäre er wirklich hier. Ja, ich erinnere mich. Hatte dein Arzt nicht gesagt, das sei keineswegs ungewöhnlich, ein psychologisches Phänomen, eine Art Kriegstrauma? Ich schwieg. Vergeblich suchte ich nach den richtigen Worten, um etwas zu beschreiben, das völlig verrückt klingen musste für jemanden, der es nicht selbst erlebte. Stimmt, sagte ich schließlich. Mir ist klar, dass ich drüben einen Knacks abbekommen habe. Ich höre Stimmen, ich sehe Dinge, die sich vor langer Zeit zugetragen haben. Das belastet mich, aber ich kann es rational erklären. Mein Gehirn versucht immer noch zu verarbeiten, was ich damals durchgemacht habe. Doch heute kam etwas dazu, für das es keine vernünftige Erklärung gibt. Da war eine neue, eine fremde Stimme, ein unbekanntes Kind und es will nicht aus meinem Kopf. Frank drehte sich zu mir um und musterte mich neugierig. Vielleicht war es eine Stimme von drüben. Von drüben? Frankreich also? Aus dem Jenseits, sagte er ruhig und er meinte es offenbar völlig ernst. Er meinte es offenbar völlig ernst.